Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe von Bern einfach vom 12. März 2024. Am Mikrofon in der Nähe von Bern, Dominik Feusi und in Zürich, Gami Lothi. Hoi Gami. Hoi Dominik. Ja, es gibt heute fast eine Ramadan-Sendung. Wir fangen an mit dem Thema. Das war am Wochenende schon aktuell. Aber ich muss sagen, mich hat es nicht losgelassen. Weil ich überzeugt bin, dass es in der Schweiz auch bald kommt. Die Idee, vor allem in so Städten wie Zürich, wo du wohnst, oder Bas, und selbstverständlich auch Bern oder irgendwo in der Romandie, dass man doch eine Ramadan-Beleuchtung hochhängen soll. Und in Deutschland gibt es das schon in einigen Städten. Ich habe selber auch ein Film gesehen. Da hat man in Frankfurt die Ramadan-Beleuchtung am Abend laufen lassen. Ich weiss gar nicht, wie man das sagt. Und alle haben das gefilmt. Und dann haben alle, Allah, Bak, Akbar, geschraut. Auf Deutsch übersetzt, Allah ist gross. Und das läuft alles unter dem Siegel von, ja, wir müssen jetzt tolerant sein. Wenn es Weihnachts-Beleuchtung gibt, dann gibt es auch Ramadan-Beleuchtung. Da ist ja nichts dran, oder? Was meinst du? Ja, eben, ich bin da mal ein bisschen nachschauen. Und es ist halt so, in Frankfurt, eben jetzt der Fall, wo wir diskutieren, leben über 150'000 Muslime. Und das Ganze kostet 75'000 Euro, die Ramadan-Beleuchtung. Aber man muss auch sagen, ohne die Stromkosten. Das ist einfach mal die Kosten der Beleuchtung. Und eben, wie du auch schon angesprochen hast, das Ziel ist, mehr Toleranz. Und zwar konkret hat die grüne Bürgermeisterin Narges Eskandari-Grünberg gesagt, das Ziel sei, gegen Rassismus zu kämpfen und auch gegen Antisemitismus mit dieser Beleuchtung. Und hat das eben so als Zeichen der Toleranz gegenüber Muslimen gewertet. Und ich habe müssen sagen, ich frage mich jetzt also schon, wo oder inwiefern das Toleranz bringen sollte. Weil, was mich erinnert hat und auch die NZZ schön aufgriffen hat, ist, dass wir 2021 hat mir zum Beispiel in Köln schon zugelassen, dass wir das Gebet von der Moschee über Lautsprecher übertragen dürfen. Und dann habe ich mich auch gefragt, hat das damals zu mehr Akzeptanz geführt? Und ich sage, nein. Und ich glaube, auch so eine Ramadan-Beleuchtung für 75'000 Euro, die jetzt der Steuerzahler zahlt, ja, schwierig. Ja, also du hast es angesprochen, oder? Der Hamed Abdel Samad ist ein deutsch-ägyptischer Politikwissenschaftler und Buchautor. Der hat in der NZZ ein sehr lesenswertes Stück dazu geschrieben. Und seine These ist eben genau, man tut genau das Gegenteil erreichen. Also am Schluss muss es ja auch um die Integration der Muslime gehen. Nicht nur einfach um die Toleranz von allem, die diese mitbringen, sondern um Integration. Und letztlich ist genau das Gegenteil passiert. Nämlich diejenigen, die sich nicht integrieren wollen, die fühlen sich ja dann bestätigt, dass sie sich nicht integrieren müssen, sondern dass sie letztlich Besitz ergreifen können von dieser Stadt oder dieser Region, wo man so auf sie zukommt, wo man so mit ihnen umgeht. Und das führt überhaupt nicht dazu, dass man z.B. weniger islamischen Antisemitismus hätte oder mehr Toleranz für Frauenrechte in den muslimischen Ghettos, die es auch in Frankfurt bereits gibt. Also das ist einfach alles gut gemeint, aber eigentlich ziemlich sicher ein Bumerang. Ich habe noch einen anderen Gedanken dabei gehabt. Man sagt ja dann eben, man feiert Ramadan öffentlich. Das ist mehr Toleranz für das muslimische Fest. Gleichzeitig haben wir ja aber eine Bewegung, die ja alles Christliche aus unserer Gesellschaft herausradiert. Also wenn ich daran denke in den Schulen, dass es immer wieder zu Einschränkungen kommt, wenn es darum geht, Weihnachten zu feiern. Das ist dann vielleicht nur noch irgendwie total religionsneutral formuliert. Man hat dann keine Lieder mehr, wo es z.B. um Jesus geht. Den Weihnachtsbaum, da hatten wir ja einen solchen Fall in Deutschland, dass man den bitte nicht aufstellen soll. Das können die religiösen Gefühle von anderen verletzen. Und das ist das Problem. Man hat zwei Masse, die man misst. Einerseits bei den Muslimen 75'000 Franken für die Beleuchtung. Das soll Toleranz erwecken. Aber gleichzeitig darf man nicht Toleranz einfordern, z.B. in den Schulen oder eben im öffentlichen Raum mit einem Weihnachtsbaum. Von denen, die eben nach Deutschland gekommen sind, dass sie sozusagen tolerant gegenüber der christlichen Religion sind. Und das ist das, was ich ganz klar sehe, wo nie zu dieser Toleranz führen wird, gegenseitig das eine Einschränkung und das andere muss man akzeptieren. Also das ist natürlich so. Und insbesondere wenn es dann noch um Juden geht, ist es noch schlimmer. Also die Leute, die hier die Ramadanbeleuchtung in Frankfurt mit Allahu Akbar bejubeln, das sind die gleichen, die der nächste Mensch, der mit einer Kippa oder mit einem Davidstern um den Hals umeinanderlaufen, irgendwie bespucken. Oder vielleicht sogar in Zürich ein Messer zücken. Und abstechen. Also ich meine, das ist einfach komplett absurd. Das zeigt vor allem meiner Ansicht nach die Schwäche vom Westen. Die Schwäche von dem links-grünen Westen, der unter Toleranz immer versteht, eine pro-islamische Toleranz. Und es wird nie, du hast es richtig gesagt, es wird nie von der Moslems Toleranz verlangt. Es ist auch gerade kürzlich, in Grossbritannien gibt es in den Bildern noch extremer, was in London sich Islamisten erlauben für Demonstrationen und für Slogans. Man muss die Statue von Winston Churchill schützen mit zwei Dutzend Polizisten und so weiter. Weil einfach das Fundament dieser westlichen Gesellschaft nicht mehr da ist, weil man es auch nie eingefordert hat. Und ich habe wirklich das Gefühl, man muss sich vorbereiten in der Schweiz, dass das auch wird kommen. Ich meine, so Anträge kann ich mir gut vorstellen. Wie siehst du das in Zürich? Da wird sicher bald wieder mal so etwas auftauchen. Zürich muss doch auch so sich weltoffen zeigen. Du hast wieder alles dagegen. Ja, es ist dann wirklich das. Das ist immer das Argument weltoffen. Man muss Toleranz zeigen, man muss sich weltoffen zeigen. Und das andere Problem von Zürich ist ja, dass wir zu viel Geld haben in dem Sinn, weil die Unternehmen ja zwar immer noch da sind, aber wir haben eine linksgrüne Regierung und ein linksgrünes Parlament, die dann eben gerade das Geld dann auch ausgeben können, natürlich für so Ramadanbeleuchtungen. Aber gerade in dem Punkt, sagen wir so, das ist dann die Aufgabe der Bürgerlichen, dann dagegen zu halten. Wie erfolgreich das sein wird, ist eine andere Frage. Ja, du hast die Probleme angesprochen, die es gibt. Beim Nebelspalter sprechen wir die ja, beim Bundesrat und auch bei der SDA ist das noch nicht der Fall. Aber man hat heute etwas, aber natürlich ohne wirklich anzusprechen, um wer es geht, man hat heute eigentlich eine gute Sache gemacht. Man will Minderjährige, Verheiratete besser und vor allem länger schützen. In Zukunft soll es möglich sein, dass Ehenen, die mit Minderjährigen abgeschlossen wurden, bis zum 25. Lebensjahr von dieser minderjährig verheirateten Person, meistens eine Frau, für ungültig erklärt werden können. Das ist heute nicht möglich. Sobald die Person 18 ist, kann man das nicht mehr machen. Und natürlich, das wissen alle, da geht es um islamische Ehenen. Da geht es nicht um Ehenen zwischen Norwegerinnen und Berner Oberländern, sondern das ist halt schon oft so, dass die jungen Frauen oft auch in ihren Sommerferien irgendwo auf dem Balkan oder in der Türkei oder wo auch immer verheiratet werden und dann auch die entsprechenden Probleme ausgesetzt sind, Gewalt in der Ehe und so weiter. Und ich finde es gut, das ist ein guter Versuch, dem entgegenzuheben. Aber schade ist eben, dass man auch da nicht ein Wort darunter verliert, wo genau das Problem mit welcher Kultur das verknüpft ist, weil man will nicht mehr urteilen über Kulturen. Es ist so der Zwang, alle Kulturen muss man gleich gut finden. Ich weiss gar nicht, woher der kommt, weil das ist noch nie so gewesen und das wird auch nicht so bleiben. Kulturen sind unterschiedlich und wir haben gewisse Grundwerte, die wir als Westen für wichtig erachten, die sogar die UNO für wichtig erachten. Und ja, die finden wir gut und wer die anders findet, finden wir vielleicht nicht so gut. Aber an dieser Stelle muss ich schon sagen, ich finde das im Fall ein wirklich schwieriges Thema. Also auch der Ausdruck der Minderjährige Verheiratete. Also ich habe meine Notiz, es war Kinderehen. Vielleicht bin ich da vielleicht auch ein bisschen zu krass. Aber man muss sich schon auch die Frage stellen als Gesellschaft, wenn man sagt, man wüsste, von wo die Minderjährigen verheiratet werden, aus welchem Kulturkreis das kommt. Man will es zwar nicht sagen, aber gerade dadurch, dass man zum Beispiel Ehe in den Sommerferien verhindert, ist es doch eigentlich sehr eindeutig, auf welchen Kulturkreis das schliesst. Müssen wir uns nicht auch fragen, ist das überhaupt noch vereinbar mit unseren Werten, dass wir sagen, Minderjährige können verheiratet werden. Das ist vielleicht nicht sehr liberal, aber wir haben auch gesagt, 16-Jährige sollen nicht wählen und abstimmen. Man zahlt erst mit 18 Steuern. Wieso können wir nicht sagen, dass wir einfach aus Prinzip die Ehen gar nicht anerkennen. Vielleicht verpasse ich einen wichtigen Punkt, muss ich sagen, ich habe mich nicht im Detail damit beschäftigt, aber wir wissen, in welchem Kreis das passiert und einfach als Gesellschaft dann zu sagen, wir sind gar nicht erst bereit, so überhaupt etwas zu akzeptieren, egal unter welchen Bedingungen. Das ist so. Es gibt nämlich einen zweiten Punkt von der Vorlage. Wenn einer von den Ehegatten im Zeitpunkt des Eheschlusses von dieser sogenannten Minderjährigen heiraten, man könnte auch Kinder heiraten oder Kinderehe sagen, aber man sagt jetzt dem korrekt Minderjährigen heiraten, wenn einer von den Ehegatten im Zeitpunkt des Eheschlusses seinen Wohnsitz in der Schweiz hat, dann ist die Ehe generell ungültig. Und da geht es wirklich um die sogenannten Sommerferien heiraten. Ich weiss nicht genau, wie hart das umgesetzt wird. Das ist bei diesen Themen, weil wir eine neue Justiz haben, wo auch noch ein bisschen lustige Entscheide fällt oder sich auch ein bisschen drum fundiert, den eindeutigen Willen des Gesetzgebers umzusetzen. Da werden wir sehen, wie das dann auch besteht, auch mit irgendwelchen Urteilen, die uns gar nicht bekannt sind, zum Beispiel vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist auch eine Institution, die manchmal so Sachen dann auch noch schützt, irgendwie das Recht auf Minderjährige heiraten. Ich will jetzt noch nichts unterstellen, aber wir haben in der letzten Zeit doch einiges erlebt, das ein bisschen die Richtung deutet. Aber es ist wirklich so, ich glaube, es ist wirklich der echte Versuch vom Parlament, etwas zu machen. Aber wir werden es verfolgen. Ich habe schon immer das Gefühl, man will etwas machen. Dass man sehr gezielt auf gewisse Problematiken hinzielt, wie in der Sommerferien die Ehe abschliessen. Aber das andere, mein letzter Gedanke dazu, man sagt, die Ehe lässt man Zeit, dass man sie bis 25 für ungültig erklären lassen kann. Dass es mehr Zeit gibt, dass man den Missstand erkennt. Und da muss ich sagen, ist es nicht eine mega zumutende, dass man einen Minderjährigen in einer Ehe bis 25 sich Zeit gibt, um überhaupt den Missstand zu erkennen. Das ist eh schon zu spät. Ich meine, das ist ein Schaden, der ist angerichtet. Das kann man ja nicht mehr gut machen, auch wenn du mit 25 geschieden bist. Dass man in der Staat als vorher erschaffen, den Missstand zu erkennen, wenn sie noch minderjährig ist. Sondern uns damit sagen, nein, wir brauchen mehr Zeit, um das zu erkennen. Finde ich schwierig. Ja, man will natürlich die Möglichkeit einfach länger offen halten. Ja, ja. Es ist natürlich schon, und vielleicht dauert es auch wirklich so lange. Also ich würde jetzt sagen, ja, wir werden es sehen. Jetzt ist es einfach, ich denke, für einen 18-Jährigen ist es sicher schwieriger als für 22- oder 23-Jährige. Aber wir hoffen, dass es die, die es bereitet, dass es die möglichst früh merken. Und dass es sie möglichst früh und letztlich hat den Weg gefunden, ich nehme an, das ist eigentlich noch nicht ganz einfach. Vor allem, wenn sie dann ja vielleicht frisch in der Schweiz sind. Oder wenn sie geholt worden sind von irgendeinem. Also das sind alles menschliche Schicksale, wo ich absolut für schützenswert halte. Und wo ich aber eben finde, richtig schützen, tun wir die erst, wenn wir auch benennen, dass sie halt mit dem Islam zu tun haben. Das tut mir wirklich leid. Und ich möchte gerne, dass man sich nicht nur irgendwie distanziert, wenn etwas passiert, was auf dem Islam basiert, sondern dass die islamischen Kreise, Verbände und Vereine in der Schweiz sich auch sonst im Alltag halt von dieser Interpretation von ihrem Glauben distanzieren und auch verhindern, dass sie ihren Vereinen erzählten und ihren Moschee gepredigt wird und so weiter. Und da finde ich einfach, da gehöre ich im Moment noch ein bisschen zu wenig. Und das hat auch mit dem nächsten Thema zu tun, das wir behandeln wollen, nämlich mit dem Antisemitismus. Der Erich Aschwanden hat in der NZZ einen Antisemitismusbericht ausgewertet, der zeigt, wie unglaublich der Antisemitismus zugenommen hat seit dem 7. Oktober, also seit dem Terrorüberfall von der Hamas auf Israel. Das ist unglaublich, die Zunahme und auch die A-Töne, die man da liest. Also eine jüdische Gemeinde kommt im Brief über «Ich freue mich über die Sonderbehandlung der Juden durch die Hamas, eine wunderschöne Aktion und unterschrieben ist mit Heil Hitler und so weiter». Wir haben bei Bern einfach auch schon x-mal berichtet über irgendwelche Schmierereien in Zürich oder ich habe es hier in Münzigen übrigens auch so etwas gesehen. Es ist schon noch wahnsinnig, auch wie eben Leute beschimpft, bespuckt oder angefindet werden, die sich als Jüdinnen oder Juden zu erkennen geben. Man wünscht ihnen eine Vergasung, man wünscht ihnen anderes Zeug, das man nicht macht. Das ist schon noch verrückt. und auch da, man hat jetzt da, ja glaube ich, wenn ich es richtig sehe, nicht erfasst, wie die Quellen sind. Es ist klar, Antisemitismus gibt es in verschiedenen soziodemografischen Umfeldern, aber es ist auch klar, dass es ein Milieu gibt, also Islamismus, der ganz besonders davon betroffen ist. Ja und vor allem, es ist natürlich auch das, was du anfangs erwähnt hast, man sieht in den Zahlen, die in der NZZ verarbeitet worden sind, dass eben ganz vieles erst nach dem 7. Oktober überhaupt so stark zugenommen hat. Natürlich, es hat im Vorfeld schon auch Vorfälle gegeben, aber nach dem 7. Oktober wirklich massive Zunahme, also bei diesen Vorfällen zum Beispiel, die in der realen Welt passiert sind, also nicht online, sind 155 Vorfälle. Drei Viertel sind erst nach dem 7.10. passiert. Es ist auch das Gleiche bei Online-Vorfällen, dass über 50% von den 975 Vorfällen, die gemeldet worden sind, erst nach dem 7.10. passiert sind. Man hat zehn Tätlichkeiten gemeldet, aber man vermutet, dass dort auch die Dunkelziffer viel höher ist, weil es gibt ja keine Meldepflicht, also das ist jetzt die, die man weiss. Und das Krasse ist, man sieht auch, ganz viel, was online passiert, ist 68% passiert über Telegram. Also dort gibt es wirklich eine Vernetzung, die den Antisemitismus online ausgetragen wird. Es ist wirklich lesenswert, die Zusammenfassung von dem Bericht, kann man nur empfehlen. Ja, dazu kommt mir noch eine Antwort vom Bundesrat in Sinn auf eine Anfrage von Barbara Steinemann, die sie letzte Woche gestellt hat zu dieser Messerattacken in Zürich. Dort hat sie gefragt, was macht der Bund zur Vorbeugung solcher Taten? Und die Antwort ist dann eben, die Behörden vom Bund, Kanton und Gemeinden möchten eine Reihe von Massnahmen zur Bekämpfung der Radikalisierung und Terrorismus und es gibt eben den nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus. Oder eine breite Palette von Projekten wird da umgesetzt. Ich muss einfach sagen, wer immer noch glaubt, dass es mit dem reicht, oder mit irgendwelchen Sensibilisierungskampagnen mit irgendwelchen Sie machen auch Sachen auf Social Media oder wo man dann von Toleranz redet und so. Wer glaubt, man schafft das ohne wirklich die Wurzeln zu benennen? Das ist entweder ein islamistischer Antisemitismus, ein richtiger Judenhass oder es ist der alte klassische Links- oder Rechts- Antisemitismus, der auch spezifische Quellen hat. Beim Links- Antisemitismus muss man davorreden, dass Karl Marx einer der schlimmsten Antisemiten war. Er hat selber auch Texte geschrieben, warum die Juden ganz schlimme Menschen sind. Beim Rechts- Antisemitismus weiss man auch, wo die Quellen sind. Die sind nicht nur beim Adolf Hitler, der geht noch ein bisschen weiter zurück. Das ist aber ein ganz besonders schlimmer Höhepunkt. Man muss halt wirklich Ross und Reiter benennen und dann auch argumentativ gegen das vorgehen und entsprechende Leute auch darauf behaften. Aber ich glaube einfach nicht, dass es mit so einem Plan und Aktionsplan noch so viel Geld und noch so viel gutem Willen möglich ist. Ja, dann müssen wir zu einem weiteren Punkt gehen, der lustigerweise auch ein bisschen verwandt ist damit, weil auch dort ist nämlich der Antisemitismus ein bisschen steindes Anstosses gewesen. Es gab mehrere Fälle von Wolken Uni Institut, die gerade auch nach dem 7. Oktober besonders auffällig gewesen sind, weil sie entweder gejubelt haben oder dass sie gerechtfertigt haben, was die Hamas in Israel angerichtet hat, oder dann vor allem später unbedingt haben, wollen einen Waffenstillstand in Gaza erreichen und noch nie etwas zu den Geiseln, zu den immer noch in Haft oder in irgendwelchen Tunnels wahrscheinlich ganz schlecht behandelt werdenden Geiseln sind von dem 7. Oktober. Die haben sich jetzt gewehrt und da gab es eben zwei Fälle, insbesondere Uni Bern und Uni Basel. Am einen Ort hat man das Institut zugetan, am anderen hat man es verschoben. Und jetzt rund 500 Personen aus dem Wissenschaftsbetrieb fordern in einem offenen Brief Schutz vor Angriff durch Politik und Medien. Sie sagen, es gäbe Anti-Wokeness Agenda und die Verstossung gegen die Wissenschaftsfreiheit, weil sie versuchen, kritische Forschung zu diskreditieren und im Text von der Repetition heisst es dann wunderschön, es ist ganz wichtig, dass die Wissenschaftsfreiheit erhalten bleibt. Man ist in grosser Sorge über die Erosion der akademischen Freiheit und über das zunehmend antivissenschaftliche Klima in der Schweiz. Es geht dann noch ein bisschen weiter. Ich habe mich beim Leser gedacht, das ist lustig, weil die Institute, die man kritisiert und teilweise sanktioniert hat, waren genau sehrige Dinge, die man nicht mehr frei forschen konnte, die man nicht mehr auch eine Terrororganisation wie Hamas infrage stellen. Es waren genau sehrige Institute, die andere Auftritte verboten und Meinungen gecancelt haben. Sie berufen sich ausgerechnet, auf die akademische Freiheit. Das finde ich schon ein grosses und auch ein freches und starkes Stück. Mein erster Gedanke war, als Katja Rost und Margit Osterloh ihre Studien rausgebracht über Studentinnen haben, die für Aufruhr gesorgt hat, haben gerade linke Studentinnen und Studenten an der Uni Zürich gefordert, dass man sich distanziert von den renommierten Professorinnen krägen und ihre Kompetenzen infrage gestellt und diffamiert. Das war ein Vorfall, man will die Wissenschaft einschränken, weil die Ergebnisse nicht passen. Aber wo war der Brief, wo man sagt, so etwas darf gar nicht passieren, sondern es muss die Forschungsfreiheit bestehen. Dort hat das Ergebnis nicht gepasst und man hat sich gegen die Forschung gewehrt. Aber wenn man kritisch hinterfragt wird, ob die Forschung, die man macht, Standards entspricht, dann macht man so einen Brief, um sich zu wehren und sagt, die Wissenschaftsfreiheit sei bedroht. Das ist ein sehr gutes Beispiel für meine Thesen, dass Sie die Intolerante sind und Sie fordern eigentlich Toleranz für sich und für ihre sogenannte kritische Forschung. Die kritische Forschung darf aber nie ihren vorgefassten Ideen und Thesen widersprechen. Dann muss man sie selbstverständlich canceln. Es ist am Schluss ein argumentativer Biss in den eigenen Schwanz von der Katze und das ist natürlich immer bei den Themen letztlich führt das dazu, dass man nicht hinsteht und das ist auch da nicht der Fall. Die Verfasser dieser Petition bleiben anonym. Katharina Fontana von der NZZ hat versucht, mit einem Kontakt aufzunehmen, hat nur zur Antwort bekommen, man darf sich überlegen, ob man antworten auf Fragen. Und die meisten von den Unterschriften sind auch anonym abgegeben worden. Ich denke, mehr muss man dazu nicht wissen. Es zeigt einfach schon ein bisschen, was an den Universitäten zu und her geht. Vermutlich vor allem in den geisteswissenschaftlichen Fächern. Aber ich hoffe immer noch, dass in der Schweiz die Entwicklung nicht so weit muss gehen, wie im angelsächsischen Raum, bevor man dann merkt, dass man völlig auf eine schräg erschienen ist. Am Schluss muss die Universität und die Wissenschaftsfreiheit gilt, wenn schon, für alle. Und sie muss am Schluss eine argumentativ begründete Freiheit sein. Also selbstverständlich man darf forschen, was man will. Aber die Basis muss irgendwo durch ein Verständnis sein von Wahrheit und Wahrheitssuche mit Hilfe der Vernunft und mit Hilfe von Argumenten oder die anderen Varianten eher im naturwissenschaftlichen Bereich mit Hilfe von Empirie, also mit Experimenten und mit Falsifizieren von Thesen und so weiter. Das haben wir alle mal gehabt, wie Wissenschaft eigentlich geht und es geht nicht mit Petitionen, glaube ich, oder? Es geht nicht mit Petitionen, vor allem, wenn man es dann macht, um sich selber zu schützen und nicht dann, wenn man anderen ihre Rechte schützen möchte, dann ist es sowieso von sich aus falsch. Jawohl. Journalismus geht auch nicht mit Petitionen, Journalismus braucht Leute, die zuhören, zu lesen. Danke, dass ihr dabei seid, bei Berneifach, danke, dass ihr uns weiterempfehlt, hoch bewertet und wo immer ihr uns auch hört. Auch morgen sind wir wieder da, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal und denken daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist. Merci und einen schönen Abend. Das war Berneifach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.